Mein Name ist Marcel Bär, ich trage die 15. Stürmer. Cello. Hat sich irgendwann mal einer ausgedacht, seitdem trage ich den. SVG von. Mein Vater. Was haben Sie denn hier? Ja, es hat mehrere Gründe gehabt, ich habe schon ein paar Mal hier gespielt, weiß wie die Atmosphäre ist und in den Gesprächen, die sehr positiv waren, habe ich alles so wiedergefunden, wie es mir erzählt wurde und ich bin froh hier zu sein. Ja, dass sie eine enorme Fanbase haben, dass die ganze Region einfach hinter dem Verein steht und ich glaube jetzt im letzten Testspiel hat man jetzt schon Ansatz weise gesehen, was so eine Wucht die Leute hier haben können. Sehr gut, ich fühle mich sehr wohl bis jetzt und so kann es weitergehen. So früh wie möglich, 40 Punkte in der Marke knacken und eine super Saison spielen. 1860. Dreimal. Das sind Fremde, oder? Er hat mir Mönes verraten. Höfst du? Höfst du? Höfst du? Höfst du? Höfst du? Das ist doch, der ich würde.